Hallo Ja, mit dabei ist hier die sexuelle Bloodmoon Callista Die lehme ich, Papi Hm, gut Jetzt fällt ich um Oh Ey, ich lieg' da voll'n Steinrinner, was soll'n' das? Mach du mit der Grump, ich geh' versuchen, den anderen da zu klauen, wenn die da unten starten. Was? Oh, die Soraka ist hier? Ne, 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 ne. Einfach weggehen. Ich steb' ja nicht dabei. Ja, jetzt halt dein Maul. Junge, ich täte dir die Scheiße, ich bin low! So. Ja, bis gleich. Ja, ja, ja. Ja, Caitlyn ist halt nicht so geil dadurch. Es sind beides ein bisschen ranged, aber das Gute ist, die haben im Late-Game halt keine Chance mehr gegen uns. Weil die Spiele des Tanki wäre natürlich... Retrovision attroches. Erstmal fliegen. So. I'm on my way, my friend. Was ist das? Gut Job. Ja, mit der Kalista ist das halt ein bisschen dumm. Äh, Junge, was geben die mit den Gatsachen? Was höll'n das? Hm? Nee, der Yi, der sehe ich schon hinten im Jungle, weil einmal ex exited, weil einmal tot. Der dürfte jetzt nicht so schnell ganken kommen eigentlich. Okay, die Kinn hat schon mal kein Mana mehr, das finde ich irgendwie ein bisschen sexuell. Nice. Ja, unser Team macht das gerade. Okay. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Junge, hör auf zu pingen, ey. Irgendwas machen die denn da gerade? Da ist unser Team da, was macht das gerade? Ich bin halt nicht so schnell jetzt gerade, das ist halt ein bisschen dumm. Dann geh doch lieber kurz einmal weg, da verpasst du halt ein bisschen Farm, aber lieber einmal safe. Okay, alles klar. Jetzt musst du aber weg, ne? Weil die kann nicht... Ja genau, die kann nämlich einer Q, was jetzt gerade raus hat, töten. Weißt du, wir können ja einen holen. Alles klar. Wieder raus. Ja, das hat der Dingens gerade echt in den Arsch gerettet gerade. Der Käthe lange Zeit. Ja. Du willst stolz, du willst stolz auf mich sein Marvin. Ich habe keine Farm verpasst bis jetzt. Ja. Äh, ja. Du bist da oder? Dann geh ich wieder kurz weg. Ich habe keinen Mana, ich muss mir das Mana holen. Ja, ich bin da. Ich bin on my way. Nee. Äh, jetzt kommen halt die fetten Shutdowns, ne? Toll. Alles klar. Ja. Der wird jetzt nicht mehr ins... Doch. Nee, überlege ich nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich jetzt... Nein. Die ist nicht sicher. Und du kannst ja weg, Mann. schon was eh schon 6 gut ist die hat als harker mörnern dafür das q war gar knapp eh muss wieder weg weil ich bin halt ultra low schon wieder eh weil ich dem twisted fate gerade eben helfen wollte der tryharder da also da irgendwie was ich dachte du könntest irgendwie abbrechen aber du hast eine ulti die ich zum abbrechen gut die level 5 gank für die super dann geht's halt weiter muss fahren hatte die käte nicht hätte dann halt schon 70 farben krass ja aber das ist doch das ist trotzdem ein bisschen krass weil die solar karte hat nur die sind halt zwei genommen wird uns easy also die schütze sie wollen machen mich auch nicht ich komme auf jeden fall weg in der base irgendwas was haben die da wort was soll die scheiße das gute ist die käte wenn es hier erst macht dann musst du unbedingt immer hinter mich laufen weil ich mehr leben habe als du das heißt ich kriege weniger schaden weil das war als gerade ihre scheißulti schon wieder alter was ist das was ist das was ist das na fuck das kann echt nicht wahr sein oh junge die mich auf den sack jetzt hier bitte mann alles klar ulti 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 vielleicht ulti nicht ich bin raus jetzt kommt der zeitpunkt wo sie anfangen zu finden weil sie das gefühl haben wie sie können jetzt jeden 1v1 das kann echt nicht wahr sein äh jetzt war ja glaub ich hab den farm ist okay mann Mann ey, du bist so ein Lapp, ey, ich sag es dir. Machen übrigens Drake. Machen Drake. Machen Drake. Oder, wir können den jetzt machen. Wir können ihn nicht machen, wir können ihn nicht machen. Na komm! Mein Freund. Das ist ein Mann als ein. Tragen. Wir haben es geglaubt. Hört mal die Minions auf, ne? Machen wir weiter den Tower ticken Ja komm, auf dich habe ich jetzt gar keinen Bock hier Ah, ich wollte nur über die Wand flashen Ah, du hättest einfach Tower weitermachen sollen, wenn Tower kicken können Und einfach nur den fucking Tower haben Weil jetzt pushen die unsere Lade wieder rein Hauptsache mein Pink Vault steht noch Hier kannst du glaube ich machen, wenn du jetzt noch einen Q triffst Ne, noch einen Outlook triffst Und den Geist immer irgendwie so ein bisschen zum Red Buff Oder halt wenn es defensiv sein muss zu unserem Blue Buff oder so Dann würde ich jetzt nicht unbedingt für die Büsche brauchen Weil das hast du ja eigentlich dann mich, wo ich mir dann gleich Sidestone hole Für mehr Wards Können einfach rumschweben und aufdecken Ist eigentlich so ein mobiler Ward Wollen wir jetzt Tower? Schon oder? Wir holen Wir holen jetzt Tower Ja ja, den kriegen wir Wenn dein duties Explore Weiten Liberation Wollen wir dann up Wir reden dann auf. Wir spielenίνers Ja ne, komm, was ist denn das, bitteschön? Die noch ganz genau, wenn die... Ja, schön interessiert sich auch jemand, äh, ne eben, ohne Spaß, die Botlin hat aber in jedem Game ist die immer gefickt, weil die kommt immer als letztes dran, bei dem Gang, wenn die überhaupt ein Gang kommt, aber, hätte ich gerade Ulti gehabt, dann, ich hab aus Versehen, Ärger tut dann schon weh, das wird... Ich mach's das da unten, ne? Ich mach's das da unten, ne? Nein! Lein. Wow, too slow. Oh mein Gott, Alter, bist du boosted, ey. Ja, mach nur, weil die anderen sind gerade alle da. Äh, Ulti von Killen ist auch raus, heiß, einmal pushen. Weil die sind da gerade alle oben da. Ich werde jetzt noch greedy auf Neko. Ja. Einfach, ja, du kriegst sogar Tower. Ja, ja, du kriegst sogar Tower. Aber danach will ich weggehen. Unbedingt. Dann gehen wir mal... Dann gehen wir mal Top-Lane. Geh back und wir gehen Top-Lane. Und da können wir nämlich auch wieder die Towers pushen. Ja, weil unsere Läden ist reingepusht. Okay, die Fjord war schon mal da. Find ich jetzt nicht so geil. doispende Mal. Okay, jetzt geht's. Entschuldigt gut. Einmal. Und das war nur die Leute wöver. Oh Gott. Ich war nicht. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Kann uns immer noch, die kann uns noch 2v1, so ist es nicht. Okay, die Kettel kann... Ah, Junge, du darfst dich echt nicht zu viel bewegen bei so einem Scheiß. Nice, Ulti kittet, nice. Beste Ulti, die ich je gesehen habe. Geht ja nach wie... ...der Bot. ...der Bot. Heyo, die Bot defu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017